Boah, hat der Löwbein gucken lassen, ne? Hier schön den Boateng, Müller und Hummels eiskalt abrasiert, ne? Mein lieber Mann! Also, die Personalentscheidung kennt man ja sonst eigentlich nur von Stalin oder Erdogan. Wobei ich ja immer sage, bei Fußballern wie bei Autos und Frauen, äh, komm, scheiß auf das Alter, Hauptsache, die Leistung stimmt. Ja, gut, die war jetzt bei unseren drei bayerischen Balltretern in der Vergangenheit eher nicht so Dölle, doch viel in die Hose gegangen, äh, Lederhose. Aber gut, dann muss der Löw reagieren wie so eine wickelnde Mutti, die vollgeschissenen Windeln ab in die Tonne und schön ein paar neue rangeklöppelt. Im Prinzip ist der Löw nicht mehr als eine überbezahlte Hebamme. Und wir müssen jetzt gucken, ob die Windeln, ja, sauber bleiben oder nicht wieder in einem Riesenhaufen.